Hallo zusammen und willkommen zu meiner Spielevorstellung, diesmal von Gnomoria. Ja, Gnomoria ist ein Dwarf Fortress Clone, wie Towns auch, aber ich finde Gnomoria ein wenig besser gelungen. Ich starte einfach mal ganz schnell ein Spiel auf einer klitzekleinen Welt. Generate. Der große Vorteil von diesem Spiel gegenüber Dwarf Fortress ist die Einsteigerfreundlichkeit, denn wie ihr sehen könnt, es gibt Grafik, keine T's für Bäume und B für Büsche. Nein, richtige Teils und ein Grafikpack, der das Ganze sehr einfach zu gestalten lässt. So, hier haben wir jetzt unsere Gnome, keine Zwerge. Und es gibt auch keine endlosen Tastaturkürzel, die man auswendig lernen muss oder rausschreiben, sondern man kann alles gemütlich mit einem Kontextmenü auswählen. Zum Beispiel wollen wir jetzt mal den Berg hier ein bisschen abflachen, damit wir da unseren Bug drauf bauen können. Dann mache ich einfach Terrain, Dig, Ramp Down und wähle das so aus, was natürlich sehr viel entspannter ist, als irgendwie mit der Tastatur nach links zu gehen, dann da auswählen nach unten zu gehen, von da auswählen nach da und so das Gebiet abzustecken. Aber ich sehe gerade, da ist ein bisschen Baumwolle im Weg. Die Baumwolle muss erstmal weg. Forage. So, das könnt ihr alle schon mal abtragen, damit die Zuschauer was zum Gucken haben, während der komische Typ hier redet. So, und Bäume hacken können sie auch gleich noch. So. Lauft, kleine Gnome, lauft. Es ist auch von vornherein schon recht gut eingestellt, wer welche Aufgaben macht. Also die Aufgabenverteilung läuft genau wie in Dwarf Forges. Man kann jetzt nicht sagen, du Gnom, also den Gnom anklicken und sagen, geh jetzt da hin, mach das und das. Sondern es läuft über Jobs. Das heißt, man designiert Bereiche, die abgebaut werden oder geholzhackt oder gesammelt werden sollen. Und dann überprüft das Spiel, welcher Gnom welche Aufgabe zugeschrieben bekommen hat. So, da kann ich jetzt kurz pausieren und auf den Gnom darauf klicken. Was auch übrigens recht praktisch ist, weil das halt mit der Maus ansteuerbar ist. Denn wähle ich hier den Dareway aus. Da sieht man hier den Gnom mit all seinen Übersichten. Also wie viele Lebenspunkte er hat, welche Rüstung er trägt, welche Skills er hat und Attribute. Das finde ich auch recht praktisch. Weil in Dwarf Fortress bekam man ja nur so eine ungefähre Aussage. Da bekam man nur eine Aussage wie, er ist sehr stark, er ist ein wenig tollpatschig und hier bekommt man richtig Werte. Das heißt, man kann gucken, wie sich die Zwerge auch weiterentwickeln. Genauso bei den Skills. Man braucht keinen Dwarf Therapist und hat gleich eine Übersicht, wer in welchem Skill gut ist. Und kann ihm dann dementsprechend auch Jobs verteilen. Das heißt, entweder man nimmt so ein vorgefertigtes Set oder man bastelt sich ein Set selber oder stellt es für den Gnom eigenständig ein. Also wir können uns aber auch merken, er jetzt ist ein Farmer. Dann gehen wir auf Profession und wählen dann nur Sachen aus, die nur er haben soll. Das heißt, es gibt dann sozusagen eigenständige Profession oder eigenständige Berufsliste für ihn. So, lassen wir mal weiterlaufen. Der Nachteil an dem Spiel ist, es ist noch ein wenig unstabil. Also es gibt momentan in der Version so viele Probleme mit den Speicherständen, die können ab und zu irreparabel beschädigt werden. Aber das soll in der nächsten Version gleich gehotfixt werden. Allgemein gibt es auch nicht ganz so viel Auswahl an allem. Also es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Nahrung, es gibt eine begrenzte Anzahl an Holzsorten, eine bestimmte Anzahl an Steinen, Tieren, Gegnern und so weiter. Das heißt, es ist bei weitem noch nicht so komplex wie Dwarf Fortress. Aber es hat sehr viel Potenzial. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich spiele es hier auch privat ein wenig. Denn es ist schon schick, seinen Fort so anzugucken. Also bei Dwarf Fortress muss man sich immer vorstellen, wie das Ganze aussieht. Hier kann man einfach mit dem Mausrad durchscrollen durch die Ebenen oder rauszoomen, um einen besseren Überblick zu haben. Das ist schon sehr, sehr benutzerfreundlich. Ein Haken hat es aber trotzdem noch. Und zwar, das ist genau das, was es eigentlich auch gut macht, nämlich die Maussteuerung. Da ich jetzt so viel Dwarf Fortress gespielt habe, bin ich es echt gewöhnt, ganz schnell auf der Tastatur irgendwas einzugeben und dann Bereiche zu designieren. Hier muss ich halt echt jedes Mal im Kontextmenü das Richtige auswählen, runterscrollen, hinscrollen, dann drücken und dann kann ich erst was designieren. Was doch recht nervig ist, aber es ist wahrscheinlich nur eine Gewöhnungssache. Ich hoffe einfach mal, dass sie nach und nach auch ein paar Designationen über Tastaturbefehle ansprechbar machen. Dass man halt das Beste aus beiden Welten hat. Wenn man schnell irgendwas machen will, macht man kurz Tastatur und für die komplexeren Sachen kann man ja immer noch die Maus benutzen. So, das war jetzt aber nur kurz, um euch mal zu zeigen, wie es aussieht. Jetzt gehe ich mal ganz kurz raus und zeige euch meine Welt, die ich gerade spiele. Das ist der Artefakt Jan Laden. Hoffentlich geht das jetzt einigermaßen schnell und der Speicherstand ist noch okay. Aber das schaut gut aus. So, das ist doch gleich viel größer. Dieses kleine Fleckchen Erde hier habe ich mir untertan gemacht. Also erstmal nur eine Sandmauer oder Sedimentmauer drumherum gesetzt. Jetzt bin ich hier gerade dabei, eine Steinmauer hochzuziehen. Und das Muster dürft ihr auch kennen. Das sind die 21x21 Felder aus Dwarf Fortress. Und da kann man halt hier runterscrollen und dann hier die einzelnen Etagen sehen. So, hier ist meine Holzverarbeitung. Hier ist meine Steinverarbeitung. Hier kommt meine Schmiede später hin. Und hier oben haben wir irgendwo meine Brauerei. Ja. Die Workshops sind auch recht ähnlich wie bei Dwarf Fortress. Mit der Ausnahme, dass man halt andere Sachen braucht zum Herstellen. Zumal brauchen Betten auch wirklich Stoff. Man kann nicht einfach mehr Stein nehmen und daraus ein Bett schustern. Das ist schon ein bisschen durchdacht da. Und auch so Sachen wie Bäume kann man anpflanzen direkt. Das finde ich sehr praktisch. Das ging bei Dwarf Fortress ja nicht. Da muss man irgendwann hoffen, dass man im Untergrund auf die Kaverne stößt und dann an der richtigen Stelle den Baum sprießt. Hier kann man Setzlinge von den Bäumen abnehmen und dann da anpflanzen, wo man es gerne hätte. So kann ich dieses Fort auch später total autark halten. Indem ich dann hier die Apfelbäume pflanze. Dann ernte ich die Äpfel ab. Hier pflanze ich dann Birken. Hier pflanze ich dann eine andere Baumsorte, die ich dann in regelmäßigen Abständen abhacke und neu setze. Und so habe ich halt eine interne Holzversorgung und muss nicht mehr in die böse, böse Außenwelt. Hier seht ihr gerade einen Kampfgnom. Da habe ich eine Guard Station designiert und die bewachte dann auch. Auch recht effektiv bisher. Also ist noch nichts dran vorbeigekommen. Allgemein ist das Spiel aber auch noch recht einfach. Also es gibt nur zwei Gegnerarten und die sind relativ schnell besiegt. Aber zum Reinschnuppern eignet sich diese Version auf jeden Fall, um das Spiel auch mal kennenzulernen. Und wenn dann nach und nach mehr Content rauskommt, dann weiß man wenigstens schon mal, wie das Spiel funktioniert und kann sich gleich voll reinstürzen. Aber gut, das soll auch erstmal gereicht haben als so eine kleine Einführung in das Spiel. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, denn ich bin ja sowieso ein War of Fortress Fan. Und ich finde diesen Klon hier etwas ansprechender als den anderen. Na gut, das war es dann auch schon. Wir sehen uns in meinem nächsten Projekt oder in einem nächsten Kanal oder Spielvorstellung. Also dann, bis denn.